Herzlich Willkommen zu Games for Let's Play, mitten mit dem Xavaxx150 und ja, wir spielen mit unserem Moritz Voll vergessen Und ja, wir spielen wieder eins gegen eins Boom, 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 jetzt dieses Mal bin ich auf der blauen Seite, letztes Mal war er ja auf der blauen Seite Und dieses Mal ist er auf der roten, nicht auf der blauen und so ein Scheiß Ash gegen Ash, mal schauen, Alter, wie unser Ulti-Smile so richtig, wie wir hier mal Geiles Game, ne? Geiles Game, ne? Geiles Game, de goch Ich muss aber sagen, da war sehr lange schon nicht mehr von AD2 gespielt, ne? Ja, ich hab vollen Nachteile und so Ja Aber egal, ich hab gestern AD2 auch öfter gespielt Oh, ich mach 1 Damage mehrst du? Das geht schon mal Das geht schon mal Wir beide gerade nicht treffen Das red nicht so ein Scheiß, Alter, die Wehe hat so eine fette Coolzone, ey Die Regeneration Die Regeneration Die Regeneration. Die Regeneration. Na. Schau wie schwer aufträglich wird, ey. Ich bin der Boss, ich geh einfach auf ihn zu. Ich hab mir ja nix gesagt. Das ist seine. Verkonzentriert und so. Weißt mal, die Dodgers von mir. Ja, tanz nur deinen geilen Tanz. Hast dir recht. Dein Pidu-Danz. Der Pidu-Danz. Der Pidu-Danz. Weißt du, der Tipp, Echel? Der Jasuh, der will drohlen. Nein, für mich. Nicht. Er will drohlen. Ja, genau. Deins Richter. Na, ist der Richter. Der Krieg, der Herr initialt. Nein, ich hab mir nicht. Ich habe mir nicht auf den Wald gehabt. Ja, meine Damen und Herren. Und über dieben, die in die Süden ein bisschen. Ich habe mir nicht gehört, ich habe mir nicht gehört. Das stimmt. Ich habe mir nicht gehört. Alter, kann ich dich da so nah erreichen, weiter? Alter, der Minion, steht überhaupt nicht vor dir und so. Ne, er kriegt nicht ab. Ne, ne, er kriegt nix ab. Nicht normal, Alter. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Das ist gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ja genau alles klar mit der aufdringlich hätte ja jetzt mal gut das rechnen ja was schießen so dumme schleich die Ja. Oh, sieh. Euhm. Ich tippte fast da, da. Ich möchte dich zurück. Ja, ich ja, ich ja. So, unnötig. Ähm. Wieso? So, Alter. Jetzt mach dich deinen scheiß Fall schon wieder, ey. Alter, ey. Wir können planen, warum ich kurz gelasht bin, ey. Ich hab mich so erschreckt, dass der nötig da kam. Oh mein Gott. Das war nicht so geil. Ne. Ne. Nicht so. Ja. 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 So, da. Easy going, easy going. Na, was kaufst du so? Aha. Wie viel Damage hast du? Oh, ich auch ein Damage messen. Ich habe voll knapp verschiedene gear. Ah ja, der Hulti und Flösch. Ah ja, ich auch. Alles easy cheesy. So, herzlich, was er noch hat, ist Fleisch. Das Spacken. Der Kleine Spacken. Dann sind wir nach dem Himmel wieder. Er macht grad so irgendwelche Heimchen kommen? Ja, ich flesch drauf. Okay, nein, du bist da. Ich dachte schon, kommst du nirgends beim Busch, altra. Ja, genau, ey. Ist klar, Alter. Ja, komm. Hier nochmal draufschießt, ey. Ja, ich bin voll vor deinem Bein geflecht. Ich glaub, echt wird ne knappe Geschichte. Mal schauen. Mal schauen. Bäm, bäm, bäm. Tja, hätt ich jetzt mal über den Rest weg. Ja, du bist wohl der andere. Ich hab gesagt, hätt ich. Er ist weg. Ja, das bringt sehr voll, Alter. Schau dir, das haut er wieder ab. Alter. Die Schnauze, ey. Das war deine Taktik immer vorher, Alter. Ja, ja. Alter. Alter, steht das 2-1. Mein. Auf der blauen Seite hat man vor, Alter. Das kann's nicht anderes sein, Alter. Bevor alle 2 Tümer bei dir zerstören, Alter. Kann nicht sein, dass es nur wegen mir ist. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Ich brauch schon ulti immer. Na klar hab ich ulti. Na, auf was geh's denn? Ach komm, das kann ich nicht wahr sein, Alter. Es ist immer... Egal wo ich bin, Alter. Ich krieg das aber, ey. Report. 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 Hat das ein scheiß Teilkopf. Jo, süß. Ja, genau, ey. Nicht nur mal. Na, scheine. Ja, das ist doch weiter als meine Dämer. Nur war gut gedacht. Was ist? War gut gedacht. Ich hab halt nicht im Schissen. Das hab ich nicht gekriegt. Naja, du hast gar nichts mitgekriegt. Ich muss nur ein bisschen warten, dann... Nee, Gott. Mach was du nicht lassen kannst. Ich muss eigentlich nur Dev spielen, allein, Stötchen. Zwei. Ich muss eigentlich nur Dev spielen, allein, Stötchen. Zwei. Ja. Also, hier hat man... Ich hab jetzt gesagt, halt in dem Spiel, Alter, sieht man zwei Fail-Ultes. Oh, nee. Du bist ja schon wieder. Ich bin voll. Ich hab gesagt. Zwei Fail-Ultes. Boah, wenn du jetzt so gut hättest, ey. Das wär's noch, Alter. Muss ich voll auffassen. Ja, kommt auf die, ne? Okay, ne. Oder wenn der Teleport hättest. Okay. Kommt doch dabei. Ja. 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 Letzte Minute. Hat angeschlagen. Ja, ich schaff's nicht mehr. Schaffen. Ja, schaffen könntest du schon noch. Ich mein, wenn du vor... Wenn's jetzt du und schnell 1-3-2 schaffst. Und dann der Kampf vor... 15... Minuten. Also, bevor genau 15 Minuten es startet, muss man den wenden. Das war ja bei Renga, Alter. Du ist... Also, start... Nee, warte mal. Genau, ich hab den Ausgleich noch geschafft. Kurz vor... 57 oder 56 Sekunden. Also, 14, 56. Hab ich einen Kampf... Haben wir einen Kampf gestartet, Alter. Und hab gewonnen. Und dann hab ich einen kleinen Ausgleich noch geschafft, Alter. Und dann ist das Glück geworden, Alter. Ja. Nein, 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 nein. Okay, du schaffst keine Ausgleich mehr. Okay. Warum bin ich gerade geflasht? Denn bin ich schon wieder unkürzlich draufgekommen, Alter. Das ist eigentlich dein Item fehlt. Ja. Vielleicht denkst du es war schon auch für die Folge. Alter. Was denn? Ich kann hin. Ja, immerhin wussten da auch einen, kriegt er, Alter. So. Boom. 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 Ja, Leute. Das war's für die Folge. Jetzt hat das ja Gloult-Tyrane also. Boah! Der Dodge, der Dodge, Digga! Ja. Also, ich denke, das war's nochmal für die Folge. Ja, Leute. Leute, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Sau!